Hey Leute, Willkommen zu Super Mario Bros. Ein Bonus Videobus, das geplant ist. Das meiste ist auf jeden Fall. Ich zeig euch ein paar Sequels, die wahrscheinlich manche kennen. Oder Le Loise. Die Wachsons, die ich im letzten normalen Leben gezeigt habe. Oder einen Bonus Club. Den mache ich extra. Und versuche mich nicht ruhig anzustreben. Ich weiß es ja nicht nur auf Levels, wo man sich schon in den ersten Rädern ein bisschen anstecken muss. Ich bin nicht alleine anstecken. Ich bin nicht alleine anstecken. Nein! Ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich. Jetzt schiebe ich ein Winner. Das Winner ist wichtig. Das ist selber in der comments. Das ist selber in der Ausschuss. Das ist selber in der Ausschuss. Ja sie Ich zeig euch die Waffe, die ich euch nicht zeigen wollte. So, ich verschieße jetzt nun mal den Zaun. Die zwei vier Sternen hier. Das ist eigentlich kaum schwer als normal, wenn die ein paar Affen größer. Vielleicht schmeiß ich ein bisschen näher. Da war ich ja. Da kann ich ja noch auf die Waffe, weil du so gesinnst, du wirst du verschwungen, für euch die Sekunden zeigen. Ja, ich kann. Ich bin ein kleiner Pferde und ich bin ein kleiner Pferde. Ich hab mich so hochgeglitscht! Ich muss überachten, dass ich nicht den einen Block wohl machen und den einen Block machen Ich habe ein ganzes Glückschirm für die Schöne. Ich werde einen nicht mit den Schrocken. Ich werde die Schrocken für die Schrocken. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht mit den Schrocken. Der hier ist noch Hier geht's zur Welt Klump Jetzt kannte ich erstmal Hey Leute Oh ich kann das nicht mehr zeigen Ich glaube ich muss nicht mehr oben gehen Dann enttäusche ich mich mal kurz Dann bringe ich mich mal in die Leerung Ich bin wieder zurück Hab mich kurz umgebracht Und bin jetzt bereit Ja richtig Ich versuche euch jetzt die 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 war so zu weit Ja Wenn ich zu doof bin Jetzt bin ich da Einmal Hochbewechsel Das ist ein geiler Guck mal Guck mal Ey ich kann da rein So tut das Geht das als großer Mal Ja oder irgendwie nicht mehr Und das ist die Wartung für die Man sieht schon Man sieht schon dass die Besonderer ist Aber das ist die Gleiche Und Die gibt euch Die Und dann Die 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 Beine sind gestorben Das ist jetzt so, dass wir jetzt noch ein bisschen die Deich nehmen. Das ist jetzt noch ein bisschen die Deich. Wir holen hier ein bisschen ab. Hier kann ich saugen. Nein, 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 ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot. Aber ich achte es. Manche Stellen sind einfach nur böse. Ähm, wer passiert aber? Nicht dass ich mit der Gastronomie reinkam. WAS DOCH?! Läuft es um den Boden? Das ist so lustig, wenn ich... Was ist denn hier? Also, wie ist das denn? Ich denke, hier ist ein Po-Op, nein... Das ist eigentlich kein Po-Op. Das ist mein Logo nicht, ja. Ich... Ich... Ah, vergiss es, tschüss. Ich bin heute zu dro... Ich bin... Ich kann nicht mehr... Ich bin intelligentisch geworden. Ich muss doch herlastig jetzt gucken. Weil ich kann... Ich kann ruhig nicht helfen. Ich glaube, man kann doch nur wieder rein... Hier. Ich... Wer macht hier jetzt Feuerwerk? Ich... Ich... Denk, wir haben... Verwässert oder was? Ich... 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 Zeig... Das war's für ein Feuerwerk Schaut 8. Fein... Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao... Leute... Gebt einen Daumen hoch!